hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu meinem mini november haul diesen monat habe ich nicht ganz so viel gekauft da ich ziemlich viele weihnachtsgeschenke auch schon mal gekauft habe damit nicht alles im dezember stattfindet und jetzt zeige ich euch erst mal was ich alles gekauft habe anfangen möchte ich mit meinen zwei thermostrumpfhosen die sind von wolvers zwei schwarze 299 haben die gekostet so und dann habe ich mein parfum noch mal nachgekauft das habe ich bei amazon bestellt das ist mit patchouli und opium opium bringt opium da war dieses kleine pröbchen mit dabei das parfum hatte ich schon mal gekauft als ich letzten sommer crystal des demona besucht habe und jetzt habe ich es noch mal nachbestellt dann habe ich ein deko element gekauft bei amazon und zwar ist das dieses wunderschöne makramee mit einer lichterkette in blätterform sehr hübsch wie ich finde die lichterkette war da schon dabei ich musste nur batterien einfügen bei diesem makramee war dieser kann dabei um das schön in form zu kämmen zu guter letzt habe ich hier noch dieses wunderschöne killstar kissen mit dem mond und der sonne und diesen hübschen kleinen stern hier schön weich und anschmiedsam lässt sich bestimmt sehr gut drauf schlafen so das war mein kleiner haul für den november ich hoffe das video hat euch gefallen und wir sehen uns dann in meinen nächsten videos wieder bis dann tschüss tschüss